Du wünschst dir mehr Zeit nach dem Abitur, um dich zu orientieren? Um herauszufinden, welche Interessen du auch beruflich verfolgen willst? Du weißt noch nicht, welchen der vielen möglichen Wege du einschlagen möchtest? Dann geht es dir wie vielen Abiturienten, die nicht wissen, was sie beruflich und persönlich wirklich wollen und was sie antreibt. Das Salem-Kolleg hilft dir dabei, genau das festzustellen und bietet seit einigen Jahren ein einzigartiges Orientierungsjahr mit Studium Generale, Persönlichkeitsentwicklung und Outdoor Education an. In drei Trimestern stehen dir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Seite und bereiten dich auf den Studienalltag vor. Einführungen in die Natur-, Gesellschafts- und Geisteswissenschaften helfen dir festzustellen, welches Studienfach dich begeistert und dich bewusst für deine Zukunft zu entscheiden. Denn am Salem-Kolleg lernst und erfährst du nicht nur, am Salem-Kolleg erlebst du. Im Rahmen von akademischen Kursen und Seminaren, Forschungsprojekten zum Thema Soziale Wirklichkeit in Europa, Outdoor Leadership Training, Vorträgen und Hochschulexkursionen, Theater, Chor, Sport und Sozialdiensten erfährst du dich auf völlig neue Weise und findest heraus, was dir wirklich Spaß macht. Du lernst dich und deine Stärken besser kennen. Du erlebst ein Miteinander mit anderen Kollegiaten in einer Lern- und Lebensgemeinschaft auf dem modernen Campus am Bodensee. Außerdem wirst du über das ganze Jahr von erfahrenen Studien- und Berufsberatern begleitet, die basierend auf Potenzialanalysen individuelle Beratungsgespräche mit dir führen und dich bei Bewerbungen und Auswahlprozessen unterstützen. Du wirst an unserer Partner-Universität Konstanz und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Seminare und Vorlesungen besuchen und dadurch erfahren, ob du für den Uni-Alltag gemacht bist oder doch lieber gleich den Sprung in die Berufswelt wagst. Am Ende deines Orientierungsjahres am Salem-Kolleg hast du den einen oder anderen Weg ausprobiert, dich durch die verschiedenen Herausforderungen weiterentwickelt und kannst mit einem guten Gefühl die wichtigen Entscheidungen für deine Zukunft treffen.